Haben Sie jemals an Essig als ein Reinigungsmittel gedacht? In dieser außergewöhnlichen Präsentation führen wir Sie auf eine Entdeckungsreise durch all die überraschenden Vorteile, die sich aus der Integration von Essig in ein jahrtausendealtes Reinigungsritual ergeben. Wir werden Ihnen unseren besten Weg zeigen, dieses kraftvolle Element in Ihre spirituelle Praxis zu integrieren und Ihnen einen Ansatz bieten, der mit den alten Traditionen im Einklang steht und Sie tiefer mit Ihrem Wesen und Ihrer Umgebung verbindet. Bereiten Sie sich darauf vor, von den Veränderungen, die diese kleine Änderung Ihrer täglichen Routine für Ihr allgemeines Wohlbefinden mit sich bringen kann, erstaunt zu sein. Im Herzen des Buddhismus gibt es eine tiefe Wertschätzung und Bewunderung für die Natur und die bewussten Reinigungsaktionen. Die nicht nur für die Reinigung des Körpers, sondern auch für die der Seele unerlässlich sind. Heute tauchen wir in eine einzigartige Praxis ein, die Selbstfürsorge mit alten spirituellen Lehren verbindet. Wir werden die körperlichen und spirituellen Wirkungen von Essig erkunden, einem natürlichen Produkt, das von verschiedenen Kulturen im Laufe der Geschichte aufgrund seiner bemerkenswerten Eigenschaften genutzt wurde. Wir werden untersuchen, wie der einfache Akt des Füßewaschens mit Essig eine transformative Wirkung auf uns haben kann, nicht nur physisch, indem er reinigt und desinfiziert, sondern auch spirituell, indem er uns darauf vorbereitet, die Energie der Welt bei, jedem Schritt, den wir machen, aufzunehmen. Das Füße waschen mag wie eine bescheidene und alltägliche Geste erscheinen, ist in Wirklichkeit jedoch ein kraftvolles Reinigungsritual, das uns hilft, mit der Gegenwart in Verbindung zu treten, voll und ganz unseres Körpers bewusst zu sein und uns darauf vorzubereiten, unseren Weg mit fest auf der Erde verwurzelten, aber leichten und von den Unreinheiten der Vergangenheit befreiten Füßen fortzusetzen. Zunächst sollten Sie wissen, dass Essig ein Geschenk der Natur ist, das mit Jahrtausende alter Geschichte durchdrungen ist. Über seine übliche Verwendung als Gewürz hinaus birgt er ein reiches historisches Erbe, das sich durch verschiedene Kulturen in allen Ecken der Welt zieht. Seine Ursprünge reichen bis in die Antike zurück, mit Spuren, die über 5000 Jahre alt sind, wo er bereits sowohl in der Küche als auch in der traditionellen Medizin Anwendung fand. Diese wertvolle Substanz, die durch die Fermentation von Alkohol zu Essigsäure gewonnen wird, wurde von Zivilisationen wie den Ägyptern, Griechen und Römern nicht nur wegen ihrer konservierenden und kulinarischen Tugenden, sondern auch wegen ihrer außergewöhnlichen Reinigungs- und Reinigungskraft verehrt. Die symbolische Bedeutung von Essig im Kontext der Reinigung ist reich und facettenreich. Im spirituellen Bereich wird Essig als ein kraftvoller Reinigungsagent betrachtet, der nicht nur den physischen Körper, sondern auch den Geist selbst reinigen kann, indem er negative Energien eliminiert und die Aura von Räumen und Menschen heilt. Dieser Aspekt der Reinigung manifestiert sich in den Ritualen zahlreicher Traditionen, in denen Essig die Metamorphose und Erneuerung symbolisiert und Unreines in Reines verwandelt. Innerhalb der buddhistischen Philosophie, wo Achtsamkeit und die Verbundenheit mit der Natur eine wesentliche Rolle spielen, nimmt Essig eine besondere Bedeutung ein. Er wird nicht nur wegen seiner physischen Reinigungs- und Heilungseigenschaften geschätzt, sondern auch wegen seiner Fähigkeit, Menschen dabei zu helfen, eine verwurzelte und demütige Verbindung zur Erde aufrecht zu erhalten. Der Akt der Reinigung mit Essig, insbesondere in Praktiken wie dem Füße waschen, wird zu einem Ritual, das die Entfernung der Unreinheiten des täglichen Weges symbolisiert und das Individuum darauf vorbereitet, seinen spirituellen Weg mit Klarheit und Reinheit fortzusetzen. Auf diese Weise verbindet Essig die materielle Welt mit der spirituellen und präsentiert sich als einfaches, aber effektives Werkzeug für die Selbstpflege und Reinigung. Im Einklang mit den Prinzipien des Zen-Buddhismus lädt uns diese Verbundenheit dazu ein, alte Praktiken neu zu entdecken und zu schätzen, die unser allgemeines Wohlbefinden in der modernen Welt bereichern können, indem sie sowohl den physischen als auch den mentalen Raum für die Introspektion und das Wohlbefinden vorbereiten. In der Zen-Philosophie spielen die Umgebung und die Atmosphäre eine entscheidende Rolle. Die Vorbereitung des physischen Raums ist nicht nur ein vorbereitender Schritt für das Ritual des Füßewaschens mit Essig, sondern auch ein Mittel, um den Geist vorzubereiten und so den Übergang zu einem Zustand größerer Achtsamkeit zu erleichtern. Die Pflege und Organisation des Raumes spiegeln mehr als nur den ästhetischen Aspekt wider, sondern auch die innere Reinigung, die wir anstreben. Während wir unsere Umgebung pflegen, beginnen wir den Prozess der Selbstpflege und spirituellen Pflege und schaffen einen heiligen Raum, der zur Ruhe und Reflexion einlädt. Die Vorbereitung des Bereichs für das Ritual erfordert die Wahl eines ruhigen Ortes, an dem Lärm und Ablenkungen auf ein Minimum reduziert sind. Weiches Licht, vielleicht ergänzt durch Kerzen oder gedämpftes Licht, kann zur Schaffung einer Atmosphäre der Gelassenheit beitragen. Natürliche Elemente wie Pflanzen oder Steine können angeordnet werden, um eine Verbindung zur Natur und ihren heilenden Eigenschaften herzustellen. Dieser Raum wird zu einem temporären Heiligtum für die Seele, einem Zufluchtsort, an dem die äußere Unruhe der inneren Ruhe weicht. Bevor das Ritual beginnt, ist es wichtig, Körper und Geist zu zentrieren. Atem- und Zen-Meditationstechniken erweisen sich als kraftvolle Werkzeuge in diesem Prozess. Eine einfache Praxis kann damit beginnen, die Augen zu schließen und sich auf die Atmung zu konzentrieren, langsam ein- und auszuatmen und jegliche Anspannung loszulassen. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit jedem Ausatmen Sorgen loslassen und mit jedem Einatmen Ruhe und Klarheit anziehen. Dieser Akt des bewussten Atmens schafft eine Verbindung zwischen Körper und Geist und bereitet beide auf das bevorstehende Reinigungsritual vor. Nehmen Sie sich Zeit für die Vorbereitung sowohl des Raumes als auch des Geistes. Das Ritual des Füßewaschens mit Essig wird von einem einfachen Akt der körperlichen Reinigung zu einer tiefen spirituellen Praxis, die die Verbindung zur Gegenwart und zum eigenen Inneren Selbst betont. Dieser vorbereitende Prozess ist nicht nur ein Vorspiel zum Ritual, sondern bildet an sich eine Meditation, eine Erinnerung an die Bedeutung, jeden Moment bewusst und mit voller Aufmerksamkeit zu leben. Die Rituale des Füßewaschens mit Essig stellen eine Praxis dar, die das uralte Wissen mit den Prinzipien des Zen-Buddhismus verbindet, die auf Reinigung, Achtsamkeit und spirituelle Erneuerung ausgerichtet sind. Essig, mit seinen antiseptischen, antimikotischen Eigenschaften und seiner Fähigkeit, den pH-Wert auszugleichen, bietet eine Reihe von Vorteilen für die Gesundheit der Füße, wie die Vorbeugung von Infektionen, die Reduzierung von Gerüchen und die Linderung trockener und rissiger Haut. Dieses Ritual zielt nicht nur darauf ab, das körperliche Wohlbefinden der Füße zu verbessern, sondern auch einen Raum der Ruhe und inneren Reflexion zu schaffen. Sobald der Raum vorbereitet und der Geist zentriert ist, sieht der Prozess die folgenden Schritte vor. Schritt 1. Vorbereitung der Mischung Füllen Sie einen ausreichend großen Behälter mit warmem Wasser, das sich angenehm anfühlt und zur Entspannung einlädt. Fügen Sie eine halbe Tasse oder eine Tasse Apfelessig oder weißen Essig hinzu. Schritt 2. Absicht und Achtsamkeit Bevor Sie Ihre Füße eintauchen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über die Absicht hinter dem Ritual nachzudenken. Es könnte der Wunsch nach Reinigung, Heilung oder einfach ein Moment inneren Friedens sein. Halten Sie diese Absicht in Ihrem Geist, während Sie sich auf die sinnliche Erfahrung des Moments konzentrieren und die Aromen und Empfindungen des Wassers und des Essigs auf Ihrer Haut wahrnehmen. Schritt 3. Eintauchen Tauchen Sie Ihre Füße in die Mischung aus Wasser und Essig und gönnen Sie sich eine Entspannungszeit von 15 bis 20 Minuten. Während dieser Zeit lassen Sie Ihre Gedanken frei fließen, ohne an einem festzuhalten. Wenn es Ihnen hilft, können Sie Meditationsmethoden wie Atemkontrolle oder das Wiederholen von Mantras verwenden, um Ihre Achtsamkeit aufrecht zu erhalten. Schritt 4. Massage und Reflexion Am Ende der Einweichzeit verwenden Sie Ihre Hände, um jeden Fuß sanft zu massieren. Dies verbessert nicht nur die Durchblutung und entspannt die Muskeln, sondern stärkt auch die Verbindung, die der Körper mit dem Geist entwickelt. Reflektieren Sie über die Empfindungen und darüber, wie jede Berührung auf Sie wirkt und erkennen Sie die Bedeutung jedes Teils Ihres Körpers auf Ihrem spirituellen Weg an. Schritt 5. Trocknen und Dankbarkeit Trocknen Sie Ihre Füße mit einem weichen Handtuch, indem Sie sanfte und bewusste Bewegungen ausführen. Dies ist der Moment, um Ihren Füßen für die Unterstützung zu danken, die Sie Ihnen bei jedem Schritt auf Ihrem Weg bieten und auch dem Essig für seine reinigenden Eigenschaften zu danken. Danken Sie auch für den Moment der Ruhe und die Gelegenheit, sich mit sich selbst zu verbinden. Die Bedeutung von Engagement und Achtsamkeit in diesem Prozess ist entscheidend. Jede Phase des Rituals stellt eine Gelegenheit dar, Präsenz zu kultivieren, auf die Bedürfnisse von Körper und Geist aufmerksam zu hören. Durch die Integration dieser Zen-Prinzipien geht das Ritual des Füßewaschens mit Essig über das rein körperliche Ziel hinaus und wird zu einem kraftvollen Werkzeug zur Förderung des gesamten Wohlbefindens und der Suche nach innerem Gleichgewicht. Es ist wichtig, dass Sie dieses Video bis zum Ende ansehen, da Sie genau erfahren werden, wie diese einfachen Rituale Ihr tägliches Leben verändern können. Bevor wir uns verabschieden, vergessen Sie nicht, den Kanal Perlen der Weisheit zu abonnieren, die Benachrichtigungen zu aktivieren und uns Ihr wertvolles Gefällt mir zu hinterlassen, wenn Ihnen der Inhalt dieses Videos gefallen hat. Ihre Unterstützung ist entscheidend, um weiterhin ähnliche Videos zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video.